so freunde herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework heute ein neues test video von mir ich teste heute mal mit euch diese ganze farbpalette von den pyro rauch 80 von pyroweb.de mit so einer schicken reißzündung hier und ich würde sagen legen wir mal direkt los und schauen was die teile so drauf haben und ob ich überhaupt hinkriege jawollah ich denke mal das soll so ein lila sein ne? ja das sieht schwer nach lila aus ja ich würde aber eher so flieder sagen oder flieder farmt ja auf jeden fall jetzt testen wir mal die blaue variante mal gucken ob ich sie da hinkriege also die zündung die reißzündung klappt wunderbar also das ist ein schönes blau hört man den sound hört man die farbe ist geil ach stinkt die sau die scheiße jetzt die rote farbe was steht bei dir drauf fuck you dope oder was nee hä wie was fuck you dope ach nee fuck you i'm dope achso das sieht aus wie so ein so eine art motorrot ne auf jeden fall rot ist zum beispiel erstmal richtig geil also rot wird nicht heiß ja und steht ganz schön lange in der luft also war bis jetzt am besten aber richtig big ne das zieht sich richtig derbe durch den wald das ist ja richtig krank gebt euch das mal leute wie du dich freust dabei das ist ja cool ja genau warte mal genau das ist jetzt die ja wie nennt man das die schwuluppen oder so erstmal hier der macht sich grün ne das ist bescheid und nimmst du schlösslinge in der hand drin dann ziehst du den scheiß siehst du hast gesehen raus kommt schon wieder ich bin grün ist auch heftig alter schwede das klassen alter schwede also grün ist ja auch richtig verdicht du sollst nicht nachrichten machen wollen Während du testest. Oder so, ja. So jetzt mal Pyrorauch 80. So jetzt mal Pyrorauch P80. Mal gucken, wie die gelbe Variante ist. So jetzt mal die gelbe Variante vom Pyrorauch P80. Alter. So, jetzt. Ah, scheiße. Ich habe die Funken angekläht. Hast du gesehen? Ja. Boah, Alter. Boah, Alter. Oh, jetzt orange, ne? Orange? Ja. Ist der demnach der Typ. Ich nehme jetzt auf die Schulter schon. Ja, so, wenn es windstill ist, geht es jetzt. Dann kommt die Säule schön hoch. Ja. Umso mehr Wind halt zunimmt, umso weiter wird das Ganze zerwaschen. Und dann ist es nicht wirklich cremig. Und es kommt auch sehr langsam raus, ne? Orange. Ja, jetzt. Ich nehme es noch dazu. Dähne看 uns, nicht pathos. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020